Hallihallo und herzlich willkommen an meinem Basteltisch zu einem neuen Video. Ja, heute ist es ein bisschen ein anderes Video, denn ich nehme dich beim Plotten mit und beim Verpressen. Ich möchte ein T-Shirt beplotten für eine kleine Meerjungfrau, hast du ja im Titel schon gelesen. Ja, und hier habe ich mein Programm schon geöffnet, das Silhouette-Programm. Und lade mir jetzt hier in meinem Programm eine Datei. Das ist eine gekaufte Datei, die habe ich nicht selbst erstellt. Ich kann dir jetzt auch gar nicht mehr sagen, bei wem ich die käuflich erworben habe. Ich ziehe hier auf jeden Fall das Motiv größer. Dazu hast du ja eben gesehen, habe ich einfach nur an der Ecke es nach außen gezogen und spiegel es gleich. Weil, wie gesagt, ich möchte es auf ein T-Shirt aufbringen, den Plot, und verpressen. Und dafür muss die Schrift gespiegelt sein. Und das habe ich eben getan. Hier habe ich mir noch das Küstenkind mit einem Seestern drumherum auf die Matte mitgeladen. Aus einer anderen Datei. Das habe ich aber später erst festgestellt. Das brauche ich gar nicht. Aber ich habe es mal gemacht. So, jetzt habe ich das Ganze gesendet an meinen Plotter. Und gebe jetzt noch mal ein, welches Medium ich nehme. Nämlich eine Wärmeübertragungsfolie. Bei Cricut nennt man das Iron-On. Die dann verpresst wird. Und du siehst ja jetzt, dass diese Konturen rot sind. Und das ist das, was geschnitten wird. Der Plotter gibt mir jetzt schon, oder das Programm gibt mir schon eine Schnitteinstellung vor. Da ich aber eine extrem heftige Glitzerfolie habe, machen wir mal die Klingentiefe ein bisschen stärker. Das habe ich eben gerade umgestellt. Ja, und hier siehst du, wie ich auf diese Matte meine Transferfolie, also diese Wärmeübertragungsfolie, auflege und festrolle. Ich finde dieses Festrollen ganz gut. Ich hatte schon mal das da ein bisschen was verrutscht und das finde ich doof. Diese Wärmeübertragungsfolie ist von der einen Seite matt und von der anderen Seite ist sie etwas glänzend. Das ist eine Folie. Die Folie muss praktisch, also die glänzende Seite muss nach unten auf die Matte. Und jetzt habe ich das hier in meine Cameo eingegeben, also eingezogen und kann jetzt das Programm nochmal betätigen. Und zwar den Plot, also das, was du hier gerade siehst auf der Matte, was ich noch ein bisschen verschiebe, weil ich mir nicht sicher bin, dass auch wirklich alles drauf ist. Das sende ich dann einfach an meine Cameo. Cameo, das funktioniert per Bluetooth bei der 5er, bei Cameo 5. Da braucht man also kein Kabel mehr. Aber es geht auch mit Kabel. So, jetzt habe ich das gesendet. Jetzt kommt hier nochmal einfach schneiden. Also einfach senden, weil ich es nicht spiegeln möchte, weil ich habe es ja schon gespiegelt. Das habe ich ja gleich am Anfang gemacht. Ja, und hier schneidet jetzt mein Plot lustig vor sich hin. Das dauert natürlich im Moment, weil das ist ein Plot, der ja 12x12 ist, also das Trägerpapier. Da bist du schon im Moment beschäftigt. Also das Maschinenchen, ich nicht. Ich kann dann zugucken und kann mir eine schöne Zeit machen. So, der Plot, den habe ich jetzt rausgeholt. Eben hast du gut gesehen, dass die Folie glänzt auf der einen Seite. Und wie gesagt, die glänzende Seite kommt auf die Matte. Ja, hier kontrolliere ich nochmal, ob ich auch die Schnitte sehe. Das sehe ich und schneide jetzt mein Material ein bisschen kleiner. Das ist dann für mich einfacher zu entgittern. Das mache ich jetzt hier. Da löse ich einfach eine Ecke und fange dann an, den Überschuss runterzuziehen von der Matte. Es ist am Anfang nicht so ganz einfach. Ich tue mir da immer schwer mit. Und das runterzuziehen, das ist ein bisschen, also zumindest bei der Glitzerfolie ist das echt schon, ja, da muss man ein bisschen Kraft auch wenden. Und so viel Kraft habe ich nicht in den Händen. Deshalb mache ich lieber langsam und vorsichtig, damit ich auch ja alles mit runterkriege, beziehungsweise nichts kaputt reiße. Das kann ich nämlich auch gut. Ja, und dann ziehe ich mich hier so langsam durch das Motiv durch, bis es irgendwann dann auch mal komplett unten ist. Hier siehst du jetzt schon den Anfang von dem Motiv. Und ja, da bin ich fertig und kann es auf mein T-Shirt legen. Ja, hier nebendran siehst du meine Presse. Das ist eine kleine. Und jetzt gebe ich auf mein Motiv noch eine Folie, so eine, ja, wie so eine Dauerbackfolie, sage ich mal. Und lege die Presse drauf, drücke ordentlich an, habe hier meinen Countdown, den siehst du gerade runterzählen. Und wenn der fertig ist, gibt der so einen wunderbar ekligen Piepton von sich. Den mag ich gar nicht. Dann drücke ich nochmal die Timer-Taste und kann einfach die Presse nochmal an einer anderen Stelle ansetzen, weil das Motiv ein bisschen größer ist als die Grundfläche der Presse. Ja, und nachdem es dann ganz kurz abgekühlt ist, kann ich hier die Folie vorsichtig abziehen. Und dabei fällt dir dann auch gleich auf, wenn du mal etwas nicht so ordentlich verpresst hast, dann geht die Folie sofort, bleibt an, also die Glitzerfolie bleibt dann einfach an der Folie, die ich jetzt abziehe, hängen. Und dann kannst du einfach nochmal drauflegen und nochmal neu verpressen. Ist hier aber nicht vonnöten. Ich habe ordentlich verpresst und das ist das T-Shirt geworden. Ich hoffe, die kleine Meerjungfrau freut sich drüber. Das werde ich dann bald sehen. Ja, und in diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, wann immer du dieses Video siehst. Und dann sage ich Tschüss, bis bald! Tschüss!